Ich glaube, es war ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Für uns war es natürlich schwierig, den Rhythmus zu finden, weil wir fast eineinhalb Monate nicht mehr zusammen gespielt haben. Nationalspieler waren weg und sind erst vor kurzem zurückgekommen. Wir konnten auch kein Spiel machen dann. Wir haben nur intern gespielt mit den Nationalspielern. Unsere Gegner haben viele Spiele absolviert in der Meisterschaft, waren voll im Rhythmus, haben ein gutes Spiel gemacht, auch hier zu Hause, eine gute Mannschaft. Dementsprechend sind wir froh, dass wir doch den einen Punkt mitnehmen konnten. Ich glaube, es war eine große Herausforderung. Ich glaube, es war eine große Herausforderung. Wir spielen in den Rhythmus zu haben. Wir können auch ein Rhythmus zu haben. Und das war heute Abend, dass sie ein Rhythmus zu haben. Es wird uns sehr beeinflusst, damit wir uns sehr interessieren, um heute Abend zu sprechen. Wir werden heute Abend kommen. Vielen Dank. Guten Abend, Coach. Islam ist die Welt. Coach, was do you think about the Algerian Club performance today? Weaknesses and the strength of Algerian Club. Thank you. Ja, was ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, wir haben gegen einen guten Gegner gespielt, der sehr präsent war, gute Technik, gute Schnelligkeiten nach vorne, Triplings. Und ja, das ist alles, was wir oder was ich gesehen habe und dementsprechend bin ich froh, dass wir doch auch diesen einen Punkt mitnehmen konnten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben auch noch zwei Spiele. Wir haben nächste Woche auswärts auch. Und ja, es ist natürlich unser Ziel, als Erster über diese Linie zu gehen. Aber wir wissen auch, dass jetzt auch das nächste Auswärtsspiel, dass es auch noch mal sehr intensiv wird. Und dann haben wir noch ein Finalspiel zu Hause und dementsprechend ist es wichtig, dass wir natürlich so schnell wie möglich unseren Rhythmus aufnehmen können. Wir haben natürlich nur Trainingstage dazwischen, aber nicht noch ein Spiel dazwischen. Also von daher können wir uns gut vorbereiten, um dann im Auswärtsspiel eine gute Leistung zu zeigen. Gibt es Complubieren. Ich glaube, das sind viele, dass wir damit am 사람이 sich�를 проходieren. Vielen Dank für's Zuschauen und ich wünsche Ihnen viel Glück.